So Leute und liebe Kinder und alle anderen Zuhörer, jetzt kommt wieder gruseliger Unterricht, den ihr so noch nicht gehört habt und so noch nicht gelernt habt. So, manchmal gibt es Menschen im Leben, die ein Ziel haben gemeinsam, die wollen eine Person krass blamieren und dass sie sich schämt. So, und das ist auch vielen Menschen schon passiert, dass sie sich krass blamiert haben und dass sie sich geschämt haben, weil andere es so wollten. So, und jetzt möchte ich mal was sagen zu diesen Menschen, die sich blamieren lassen haben durch andere, weil sie irgendwas gemacht haben und es veröffentlicht haben oder sonst irgendwas. Und du kamst damit nicht klar, dass sie sich geschämt, jetzt wisst ihr dies und das über mich, ja, und blamierst dich deswegen, ja. Jetzt möchte ich dir mal was sagen, Junge. Ich sag dir mal was. Blamage, ja, ich zum Beispiel, hab auch manchmal das Gefühl, dass man mich blamieren wollte oder dass ich mich schämen sollte oder dass ich mich verstecken sollte und mir nicht mehr raustrauen sollte, ja. Und jetzt möchte ich mal ganz klar sagen, wieso ich mich raustraue, wieso ich mich nicht schäme und wieso mich keiner blamiert, ja. Weil das alles, diese ganzen Sachen, diese negativen Sachen, die sie mit dir am liebsten anstellen wollten oder mit mir am liebsten anstellen wollten, ja. Die fangen ganz alleine in den Kopf an. Entweder, dir ist es egal oder du fängst dir an Gedanken zu machen, schämst dich und genau in diesem Moment, wo du dir die Gedanken machst, dass du dich vielleicht schämst, genau in diesem Moment fängt bei dir die Dummheit an. Genau in diesem Moment, ja. Und die Leute da draußen denken vielleicht, blamiert er sich nicht, schämt er sich nicht, warum lässt er sich dies gefallen, warum lässt er sich das gefallen? Hier, in diesem Kopf ist ein Genie. Ein verdammtes Genie ist in diesem Kopf. Ja, und ein verdammtes Genie in dem Kopf, da fängt keine Dummheit an, die sich schämt oder die sich blamiert oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil. Er lässt dieser Genie in diesem Kopf, lässt den Menschen nur zeigen, die es vorhatten mich zu blamieren, was für Arschlöcher das sind und wie ich sie auslache. Und was der Unterschied ist zwischen Werte und Nichtwerte eines Menschen, das ist ein Genie im Kopf, meine Freunde. Da sieht man, was Menschen und Verstand, was die Intelligenz alles kann, genau in dem Moment, wo ich mich schämen würde, genau in diesem Moment würde die Dummheit bei mir anfangen. Und diese Dummheit hat es bei mir nicht gegeben, niemals. Ich schäme mich nicht und ich habe mich auch nicht blamiert und ich gehe auch raus, wann immer ich will. Und mir, sie können mit mir sprechen, wie wir wollen, ich kriege keine weserigen Augen. Weil der Kopf kann was hier. Der Kopf, der kann was. Und für die Leute, die sich blamieren und schämen, genau in diesem Moment, wo ihr euch anfangt zu blamieren, genau in diesem Moment fängt euch bei euch die Dummheit an zu arbeiten. Versucht es mal zu unterdrücken, aber ihr habt den Kopf nicht. Ihr könnt es nicht unterdrücken, ihr schämt euch weiter. Und all das, was sie mit mir vorhaben, vorhatten, zeigt mir, was für Arschlöcher und gemeine Wichser das waren. Aber das sehe ich gar nicht so. Für mich waren das keine Arschlöcher und gemeine Wichser. Aber für mich war das nur der Beweis zu zeigen, wie schlau ich wirklich bin. Und dass es mit mir nicht geht. Ne? Ja, Ladies, jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Ihr habt mich nicht verletzt, ihr habt mich nicht wehgetan, egal was ihr gemacht habt. Ihr wisst, ich habe euch lieb, wie ihr euer Dildo euch lieb habt. Ja, genau, kommt zu mir, boomst euch trotzdem, Alter. Kommt zu mir, ich habe euch trotzdem lieb. Bist du egal, was ihr gemacht habt, auf dem ihr mich belauscht habt, auf dem ihr mich gesehen habt, auf dem ihr mich blamieren wollt oder sonst irgendwas. Weil ich ja so ein schöner, astraler Mann war mit 27, ja? Ja, komm, wisst du was? Ach komm, ich brauche euch gar nicht die Mittelfinger zeigen. Ich zeige euch den Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Ich fand einfach geil, dass ihr auf mich standet, ja? Und dass ihr mich sehen wolltet, finde ich geil. Und was ich immerhin mit dem Material gemacht habe, ich schäme mich niemals. Und wenn eine Frau mich nicht haben will, ja? Eine Frau, obwohl sie mich gut findet, weil sie denkt. Und wenn sie denkt, nein, dann blamier ich mich, weil der und der das und das gesehen hat. Oder der und der das und das sagt. Ja, dann ist bei dieser Frau genau der Punkt, wo die Dummert bei ihr losgeht, ja? Also was heißt das? Ich brauche eine schlaue Frau, wenn es nicht anders geht. Ja, die ungefähr so schlau ist wie ich. Weil das ist ein Kopf, der kann was. Und wenn die Frauen es nicht können, auch wenn alle es wissen, was ich mache und was ich gemacht habe. Oder wer es gesehen hat, ja? Wenn Frauen das nicht können oder damit nicht klarkommen, dann ist das der Moment, wo die Dummert bei ihnen losgeht, ja? Dann brauche ich eine Frau, die genauso intelligent ist wie ich, ja? Weil anders geht das dann nicht. Also, dumme Frauen, wenn ihr damit nicht klarkommt, was mit ihr passiert ist oder wenn ihr es gesehen habt oder wenn ihr es mehrere gesehen haben, dann seid ihr zu dumm. Dann brauche ich eine intelligente Frau. Und ich habe euch jetzt die Ursachen gesagt, was der Grund dafür ist, dass du zu dumm bist, ja? Also, wo ist die schlaue, süße Lady aus der Uni, ja? Uise! Komm mal heran, ihr Baby, Alter. Ich bumms gut, ja? Komm, 10. Semester durch, komm vorbei heute Nachmittag. Bumms immer eine Runde. Vielleicht bleibe ich sogar mit dir zusammen, auch wenn du ein bisschen jünger bist, ist egal. Ich sehe ja mit meinen 40 Jahren auch noch kerngut aus, ne? Haut rein, Leute, ihr habt wieder was gelernt. Peace!